Manfred ist ein schlauer Geschäftsmann und hat eine geniale Idee, die jetzt öffentlich werden soll. Damit seine Erfindung auch sicher jeder unkompliziert verstehen kann, wendet er sich an die top-motivierte Filmbude Kader. Ein paar Tage später erhält Manfred sein sympathisches Erklärvideo und kann es kaum erwarten, es überall zu teilen. Die Kunden werden seine zeitgemäße Videobotschaft lieben und Manfred hebt sich damit erst noch von seiner Konkurrenz ab. Zudem ist Manfred stolz darauf, dass sein Erklärvideo zu 100% in der Schweiz produziert wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017